Hey Freunde, willkommen zum nächsten Teil der Jalaco Batterieverbünde. Heute haben wir einen schönen 13,50 Euro im Wareneinsatz. Verbundbrett sozusagen. Wir fangen an mit einem Veko Flashbang. Wir haben eine Veko Poison. Ich denke, die habe ich sogar doppelt. Nein, habe ich nicht. Also einfach gezündet die Poison, dann kommt eine schwarze Witwe und zum Schluss die Backyard Fun. Ich wollte eigentlich die Backyard Fun vor der schwarzen Witwe schießen, aber dadurch, dass ich so wenig Platz habe und das hier nicht draufgepasst hat auf diesem Papierbrett, dachte ich mir, ich mache es mal so. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal raus zur Zündung. Und ihr könnt ja wie immer in die Kommentare schreiben, wie hat euch dieser selbst gebastelte Verbund gefallen. Wie gesagt, selbst verleitet. Da ist ja nichts dran dabei. Dürft ihr als Penden Normalperson auch machen. Und ja, wie gesagt, Startschuss, Poison, schwarze Witwe und Backyard Fun vom Drehplex. Also, bis gleich draußen zur Zündung. So Freunde, wir kommen jetzt zum 13,50 Euro Brett und dann schauen wir mal, ob alles funktioniert. So Freunde, wir machen jetzt. Das war's. Das war seine 13,50 Euro wert, oder? Das war's.